So, hau mal rein, go. Ja. Ich bin mal gespannt, wie du mich umgehauen hast. Drecksack. So, ja, dieser Ballverlust. Boah! Haha! Nein, das tut nicht fertig. Guck mal hier, ey. Hey! Stinkt sauber, ne? Mein Gott. Guck, aber danach, ich mach den Fuß weg. Das ist tödlich. Ey, du hast mich erwischt, ey. Dass ich noch überhaupt laufen darf. Ja, aber ich hab schon gedacht, das war dort. Guck mal da. Zack. Wer ist der Schiedsrichter? Guck, ich lach drin. Warum lachst du dich kaputt? Guck mal, ich bin am weinen. Ja, aber ich hab schon gedacht, so. Haha! Tschüss! Oh! Oh, okay. Hey, war kein Foul. Nein. Sie haben recht. Der Trainer hat recht. War höchstens gelb. Können wir nochmal sehen? Ja. Drecksack. Kann man nur. Guck mal hier. Vielmal sehen. Ja, aber schon richtig. Warum, ey? Entschuldige mich jetzt. Entschuldigung. Ja, ich nehm's an. Ich nehm's an, okay? Danke. Ich nehm's an, aber guck mal. Was? Gut reingestellt. Tut immer noch weh, wenn ich das sehe. Obwohl du links warst, ne? Ojei, 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 ojei. Ist aber schon was her. Ja, ich vergesse nicht diesen Moment. Ah! Lotte. O, er dreht durch, ne? Der Trainer dreht durch. Das war erst, die erste halbe Saison, ne? War kein Foul. Der Holpi macht das immer, der lässt es immer fallen. Ja, ich nehme die Entschuldigung an. Das sind Freunde, wir schließen das Kapitel. Lass uns hinter uns. Herzlich willkommen. Dankeschön. Graubünden und der HSV präsentieren das Sommertrainingslager 2015. Alle Videos rund um die Mannschaft kostenlos und exklusiv nur hier bei HSV Total. Bleib dabei und hol dir jetzt dein Abo für die neue Saison.